Hallo alle und herzlich willkommen zu, äh, rück zu Schlacht und Mittel Erde 2. Heute geht's gegen den Shadow Ninja, der im übrigen auch noch, ähm, ja, wie soll man sagen, Kommentator auf dem Schlacht und Mittel Erde 2 Kanal ist. Also wenn ihr da mal Bock habt, könnt ihr da mal reinschauen. Ich werde auch mal seinen Kanal nochmal mit entsprechend verlinken, wenn ich dran denke. Und ich würde sagen, ich drücke mal auf bereit und bin sehr gespannt. Wir spielen wieder Foten des Eason 2, da habe ich jetzt schon sehr viel gespielt drauf. Ähm, kenne ich die ganzen Creeps, also von dem her ist das alles erstmal in Ordnung. Ähm, ja, gucken wir gleich einfach mal, wie es entsprechend läuft. So, erstmal Volk natürlich, das ist immer wichtig und ich habe die Orks bekommen. Nein, das ist das einzige Vollfolge, was ich glaube ich überhaupt gar nicht spielen kann. Ähm, ja, das macht's natürlich nicht gerade besser. Damit wird das vermutlicherweise eine Niederlage auf jeden Fall irgendwie sein. So, gut, bauen wir hier direkt mal noch eine Orkhöhle schon mal. Okay, was können wir machen? Wir könnten ein verfluchtes Land, könnten wir machen auf jeden Fall. Ja. Okay, dann gehen wir auch direkt mal mit ihm hier einmal hier nach unten schon mal. So, das ist jetzt, wir gucken mal, ob wir hier gleich einmal was hinbekommen. So, habe ich hier schon geproduziert? Ne, okay, scheiße. Das neue Gebäude ist fertig. Das Auge beobachtet uns. Okay, bräuchten wir gleich nochmal einen Tunnel. So, nochmal eine Orkhöhle. Äh, gerade keine Rohstoffe dafür. Wir haben viel zu tun. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Haltet euer Werkzeug bereit. Noch mehr Orkh-Krieger. Habt ihr das gehört? Vorwärts Marsch. Ihr werdet nicht gefaulenzt. Baut. So, holen wir mal raus. Sammi, wie weht euch? Los, hier. Ich glaube, ich rieche den Verarbeit. Habt ihr das gehört? Sammelt euch. Vorwärts Marsch. Hier. Nicht stehen bleiben. Hier. Kommt schon. Sammelt euch. Das Auge beobachtet uns. Noch mehr Orkh-Krieger. Das ist kein guter Brot. Das Brot ist fertig. Zubefehl. Los. Wir sind auf ein paar Waage gestoßen. Hier drüben ist der Stützpunkt. Sie sind so weit weg. Okay. Das ging schnell, muss man sagen. Scheiße. Das hat natürlich nicht so viel Spaß gemacht. Okay. Dann bauen wir direkt mal nochmal was. Ja, guck mal, ich komme auch gar nicht, ich komme da auch gar nicht ran an die, oh man ey. Das ist ja bitter ey. Das sag ich dir. Gut, da kommt er natürlich nicht rein. Das ist okay. Ich glaube, ich reiche den Faktion, wir haben jetzt stehen bleiben, sammelt euch, bewegt euch. Ja, das ist natürlich super. Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Sie greifen den Baumeister an. Das neue Gebäude ist fertig. Ich dachte, wir sind fertig. Mach dich nicht an. Kommt schon. Mal kriege ich nicht hin. Ich kann jetzt nur auf die Kluft halt gehen. Ihr wisst, was zu tun ist. Hä? Beeilt euch. Habt ihr das gehört? Das sind die Gebäude unserer Feinde. Zubefehl. Heißt alles ein. Sind sie das? Ist das der Feinde? Wir haben die Gifte. Die Spinnen haben ihr nicht. Ja. Ja, guck dir den. Den Quatsch da an. Ihr werdet nicht gefaulenzt. Arbeitet an eurer Einstellung. Macht dich nützlich. Noch Mist. Da rein. Bereit? Macht, was euch befohlen wird. Das neue Gebäude ist fertig. Hier gibt es immer Arbeit. Ich bin natürlich noch mal irgendwie... Der Spinnnest ist erweitert. Ihr weißt, was zu tun ist. Der Spinnnest ist erweitert. Das neue Gebäude ist fertig. Hier gibt es immer Arbeit. Ich muss da leider... Also ich komme oben, komme ich leider gar nicht rein. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal irgendwie was da hat. Nein. Was? Da rein. Bereit. Zubefähig. Ja, wird ja auch. Ich werde ihn ja auch. Was? Bereit. Sammeln. Nicht mehr arg, Krieger. Los. Bewegt euch. Bereit. Hinein. Steht. Wir haben eine neue Knuff erschaffen. Was? Greift sie an. Bereit. Habt ihr das gehört? Zubefähig. Da. Was? Sammeln. Komm schon, Baumeister. Es gibt Arbeit gehört. Brennt es nieder. Ja, das sieht halt irgendwie nicht besonders gut aus. Ne. Noch mehr, Ordenkrieger. Zubefähig. Von Wohlkreis gehört es an. Was sollen wir sonst noch bauen? Arbeitet an eurer Einstellung. Die Klufte erweitert. Baut. Na, Klufte, Klufte ist jetzt erweitert. Okay, gut. Aber unten komme ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr lang halt, ne? Das ist mein Problem. Beeilung. Noch ein Gebäude. Bewegt eure Beine. Bringt sie hierher. Los, Spinnen. Los. Los. Das sind die Gebäude unserer Feinde. In die Schlacht. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. Immer weiter. Sie greifen den Baumeister an. Hier gibt es den Baumeister an. Sie sind zu weit weit. Sie geben ihn an. Noch ein Angriff. Los, Spinnen. Los. Los. Beeilung. Vorwärts. Flündert das Gebäude. Macht, was euch befolgen wird. Sie haben den Baumeister erschlagen. Okay. Baumeister erschlagen. Das ist natürlich nicht gut. Hier läuft alles schlecht, was man schlecht machen kann, man. Hier läuft gar nichts gut. Ah, Enz. Enz sind auch noch mit am Start hier. Ah, okay. Wow. Ja, falsches Volk. Da läuft alles. Kacke. Also. Ja, kannst du hier machen, was du willst. Das ist auf jeden Fall nicht mein Volk. Ja. Ja. Ja, guck mal. Die Festung ist gleich weg. Das ist ein riesiges Problem. Ja. Ja, guck mal. Jetzt ist natürlich der Vorstoß überall. Auf jeder Seite. damit kannst du nix reißen immer weiter und die überleben hier das sogar noch bei mir klappt das immer nicht wenn ich das spiel als spiele wenn ich goblins spiele also das over ja das war schnelles spiel muss man sagen ja gg leider ging da halt irgendwie gar nichts das ist schade sehr schade na gut an der stelle gg danke fürs einschalten bis demnächst doch